So, ich begrüße euch hier zu einer Runde mit zwei Zeltübernachtungen im schönen Südschwarzwald. Schwarzwald, Schwarzwald, was heißt das dann? Black Forest. Na ja, ihr wisst schon, die Schwarzwald-Mädel zum Beispiel mit Büble. Das ist nicht das Einzige, das ist auch gefährlich hier. Ja, Hüten, Hüten. Da geht es zum Beispiel Höchsen. Unsere Route im Südschwarzwald führt uns von der Schwarzwald-Metropole Freiburg in Breisgau über einen Anstieg, über Geiersnest nach St. Ulrich. Dann werden wir hochfahren in die Gegend vom Schauinsland, werden aber das Münstertal meiden am Trubelmannskopf vorbei. Über den Bällchen ins Wiesental, Große Wiesental und über Kandern nach Müllheim zurück ins Markgräflerland mit den Rebenreichen hängen. Oh, wie geht's? 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 Oh, wie geht's Amen. 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 Amen.